So, da sind wir auch schon wieder zurück im Spiel mit dem nächsten kleinen Tipp für euch, nämlich wie könnt ihr mehr als 300 Kilo tragen? Jeder kennt das Problem, wir gehen Holz farmen, wir gehen Erze farmen und zack, wir können schon wieder nichts mehr tragen, weil wir einfach zu viel dabei haben. Wie können wir das Ganze ändern? Ihr seht, ich habe hier noch 300 Kilo, 298 habe ich schon wieder dabei und was habe ich eigentlich großartig dabei? Nicht viel, ich habe 6 Holz, 10 Steine, kein Erz, aber jede Menge Klimm-Bim. So, wie machen wir das Ganze? Wir gehen zum Händler, wie ihr zum Händler kommt und wie ihr den vor allem zu 100% finden könnt. Guckt einfach in meiner Playlist danach, eben erst ein Video hochgeladen, wie ihr den netten Haldur endlich finden könnt. Ich bin da auch ein bisschen umgegangen, aber seht selbst. So, dann einfach Haldur ansprechen, dann müssen wir diesen Megan Giard kaufen. Ich kaufe ihn jetzt einfach nochmal, weil ihr seht, einmal, dann hier oben noch das zweite Mal. Das ist nämlich für meine Frau, die haben schon gesagt, nee, wir verkaufen alles und ich bringe ihn einfach mit, dann muss er nicht selber nochmal hier hin. Dann einfach draufklicken, drücken, ausrüsten. Ah, siehst du? Ja, toll, das ist ja auch geil. Du musst den Gegenstand mit oben in der Leiste haben. Wie in Frage, wie da einen Platz weniger im Inventar. Also wie ihr gesehen habt, das ist einfach, ja, wie soll man das denn nennen? Was soll das sein? Also, einfach, wir bekommen mehr Stärke. Ich nenne es jetzt einfach mal eine Taille. Kann ich mir jetzt vorstellen. Einfach so einen Rückenstabilisierer und wie ihr seht, wir können jetzt 450 Kilogramm tragen. Ist natürlich nice. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und in dem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und euch wünsche ich einen schönen Tag und haut herein.